Der Crash-Test vermittelt die gesamte Dramatik. In diesem Versuch fuhr das Rad mit ganzen 12 Stundenkilometern in die Seite des Wagens. Passend zu diesen Bildern das aufsehenerregende Urteil aus Schleswig-Holstein. Es gibt eine ganz aktuelle Entscheidung vom Oberlandesgericht Schleswig-Holstein, die zwar ausdrücklich festgestellt haben, dass es eine Helmpflicht für Radfahrer nicht gibt, die aber gleichzeitig gesagt haben, wenn ein Radfahrer verunfallt und dabei schwere Kopfverletzungen erleidet, er, wenn er keinen Fahrradhelm trägt, eine Mithaftung von 20 Prozent selbst zu tragen hat. Das Urteil sorgt nicht nur unter Juristen für Diskussionen. Angesichts immer schnellerer Räder wird die Debatte schärfer. Radfahrer wehren sich. Der ADFC will die Frau jetzt beim Gang nach Karlsruhe unterstützen. Allerdings empfehlen Verkehrsexperten unbedingt das Tragen eines Helms. Insbesondere die Folgen der Unfälle und vor allem natürlich die Verletzungen am Kopf können nach unserer Ansicht deutlich minimiert werden, wenn jeder einen Helm tragen würde. Ob es eine generelle Helmpflicht geben wird, ist derzeit umstritten. Und wird mindestens ebenso heiß diskutiert wie das Thema E-Call. Eigentlich ein System, das im Notfall Schnellhilfe zum Unfallort beordern kann und ab 2015 Pflicht in allen Neuwagen innerhalb der EU sein soll. So weit, so gut. Allerdings werden so auch jede Menge Daten erhoben. Die Technik von E-Call sammelt eigentlich alle Daten in und ums Auto. Das heißt, angefangen von gefahrener Geschwindigkeit, von Fahrzeugbewegung, aber auch letztlich bis hin zur Frage, sind die Reifen abgefahren, ist ein Rücklichteffekt. Also all die Daten, die im Auto basieren, die auch normal auf Natur und Brett angezeigt werden, all die Daten werden auch von E-Call gesammelt. Und wecken natürlich viele Begehrlichkeiten und sind daher juristisch äußerst umstritten. Ganz eindeutig dagegen ein Urteil gegen das Land Berlin. Desolate Straßen und Wege müssen instand gesetzt werden. So wie ein Mangel erkannt wird, bei dem eine Gefährdung für Fußgänger zum Beispiel entstehen kann, muss dieser Mangel beseitigt werden. So steht es im Gesetz drin und so muss das Land Berlin das auch machen. Und da kann sich Berlin auch nicht herausreden. Wir haben kein Geld. Nein, damit kann man sich nicht herausreden. Das hat der BGH gesagt. Das ist kein Argument, sondern der Zustand muss beseitigt werden. Mehr zu aktuellen Fällen und zum passenden Anwalt für Ihren Fall unter verkehrsrecht.de